. Frau Junge! Danke, Krebs. Freut mich, dass Sie dabei sein können. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ich habe ja gar nichts davon gewusst. Danke. Stellen Sie sich vor, vorhin als ich unterschreiben muss, habe ich doch glatt vor lauter Aufregung fast mit Braun unterschrieben, statt mit Hitler. Das Bier musste ich wieder durchstreichen. Gibt es schon Antwort auf unser Telegramm an Keitel? Gibt es Neuigkeiten von Wenck und seiner Armee? Nein, mein Führer. Tut mir leid. . . Vielen Dank.